Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Vierer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sieht sie? Der Angriff Steiner hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar die Aussage! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen. Nie das berättige, treulose Feiglinge! Mein Vierer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Verzager! Mein Vierer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalationen nur behindert! Es hat mit jedem nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mist gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat gegenüber dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zauber in ihrem eigenen Blut! In der Zeit! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel in den Kopf! Ich habe mir einen Pró von den sunburnen, Das ist eine Kugel-Kugel-Kugel! Die Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel.